Was ist ein Meeresschutzgebiet? Ein Meeresschutzgebiet ist ein bestimmter Bereich im Meer, wo Teile des Ökosystems oder das Gebiet als Ganzes per Gesetz vor der Nutzung bzw. Übernutzung durch den Menschen bewahrt werden sollen. Der Schutz kann sich dabei auf bestimmte Organismen, sagen wir Fische, Wale oder besonders seltene Arten oder auch eine Artenvielfalt beziehen oder auf Lebensraumtypen wie Korallenriffe oder auch das Wattenmeer. Auf jeden Fall wird die Nutzung dieses Gebietes dann reguliert, das heißt bestimmte Nutzungsformen, Fischerei, Walfang, Tourismus, Ölbohrung usw. werden eingeschränkt oder sogar ganz verboten. Meeresschutzgebiete haben manchmal neben solchen biologischen bzw. ökologischen Kriterien auch kulturellen Wert. Dies ist etwa bei Gebieten der Fall, die eine besondere Bedeutung für indigene Völker haben oder wo bestimmte traditionelle Formen der Nutzung erhalten werden sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017